Moin moin, liebe Freunde und herzlich willkommen zu dieser Folge von Guild New York in 3D. Äh. Achso, oh. Ich hatte schon Angst, so, dass es jetzt nicht mehr da ist oder so. Oh Gott, äh. Warum bin ich da? Achso, hier kann ich speichern. Das weiß ich gar nicht. Ich meine, eh. Kann ich da in so einem Hebel umlegen oder so? Hm, ich habe nicht Zeit, um mich zu spielen. Hm, naja. Ey, was ist gut? Naja, okay, schade, dass ich wieder hier bin, ey. Naja. Ich hoffe, das bleibt nicht immer so, für immer oder so. Das hängt echt. Nicht ernsthaft. Naja, ähm. Ich bin jetzt hier und spiele die... Oh, Spaß. Ähm, ich frag mich, warum das... Das ist früher schon so... Ich frag mich, warum das früher schon so war. Dass man immer so Autos speichern musste. So Autosafe und so, meine ich. So, ähm. Mann. Ich weiß gar nicht, was ich machen muss oder so. Warum sind hier so erhältige Frame Drops? Gar nicht. So. Ich frag mich, äh, äh, ich bin gerade so leise, egal. Ich frag mich, was Steroiden bringen. Und da habe ich jetzt die Access Card. Ich bin mal nach hier oben. Ich weiß noch nicht, was es bringt. Und... Ich. Spaß. Ich mach nochmal einfach aus Spaß hier das Teil an. So, ähm. Ist das Ganze hier ein Kino? Das wäre echt cool. Na, ich geh jetzt einfach mal hier rein, weil ich weiß, was ich das mir hier lang kann. Dass sie bei einem Headshot nicht stirbt, ey. Aber am besten ist, dass sie explodiert. Ich geh jetzt einfach mal hier durch. Was? Entschuldigung, dass ich gerade so sprachlos bin. Aber das ist gerade echt für ein komisches Spiel. Aber dafür, dass er so alt ist, ist er eigentlich vollkommen okay, ja. Aber ja, warum so behaupten, oder was man hier so, ja. Naja. Ähm. Das fand ich so komisch, dass er diese Waffe angeblich hat. Angeblich, angeblich. Spass. Ich verletze eigentlich so nach dem Kicken. So, äh, was ist hier? Hier war ich ja schon. Oh, egal. Also hier war ich in der letzten Folge. Aber das ist blöd, dass ich das nochmal von vorne machen muss. Ähm. Das kann sein, dass meine Soundqualität gerade echt scheiße ist. Das kann aber auch sein, dass es nicht so ist, weil ich gerade ein, äh, Problem mit meiner Kamera habe. Irgendwie. So, äh, ich weiß immer noch nicht genau, wie ich jetzt zu dem anderen Ort hinkomme, wo ich jetzt dieses Dingzohres holen muss. Die dieses Dingz sehr einfach reicht, um mir das so zu nennen. Egal. Ich kapier. Ne. Hä? Das ist doch komisch. Achso, die habe ich ja schon... Wie behindert bin ich eigentlich, ey? Wie behindert bin ich? Oh, egal. So, ähm. Jetzt muss ich hier lang. Genau. Das war jetzt echt dumm von mir, ey. Mann. Äh, was war das für ein Mongo? Ich meine, das war ein Doof, Mann. Man sagt ja ein Mongo nicht, weil es ja schieß und beleidigend ist. Ähm. Ähm, naja. Hat er da was von sich geschmissen? Bitte nicht nach unten, okay? Ist aber scheißegal. Achso, hier fliegt der noch... Das habe ich letztes Mal vergessen, dass hier einer rumfliegt. Das war heftig. Warum bläst du mir... Hat er mir gerade einge... Ich zeige es nicht, weil das ist ja vielleicht YouTube problematisch. Solche Wörter anzuwenden. Press any key to continue. Spass. So. Aha, das kann ich ja noch, dasselbe, glaube ich. Ja, hier habe ich, glaube ich, richtig verkackt. Jetzt benutze ich mal diese Waffe. Mordswaffe. Habe ich mal eine gute... So eine... So eine Billigwaffe ver... Warum... Warum hat er so Frame Drops? Das geht echt gar nicht, ey. So... Hier muss ich vorsichtig sein, weil irgendwie ist das doch zu heftig für mich. So. Ich werde jetzt aber hier auch nicht alles verbraten. Ist das eine neue Waffe? Ne. So, egal. Ja, ich nehme... Das macht so komische Geräusche, das macht Spaß. Achso. Da oben scheint was zu sein, das ist gut. Ja. Na. Mhm. No. Den auch kann ich gar nicht. Ist ja auch egal. Naja. Jetzt gehe ich halt noch hier hoch. Jetzt habe ich nämlich Atomic Health. 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 Spaß. Darf nicht so viel raskieren, würde ich sagen. Wollen wir hier irgendwo rein oder so? Ah, das sind solche Toiletten, sagen wir mal. Schade, dass man die nicht töten kann, obwohl das sehr tierrespektlos wäre. Was habe ich da überhaupt? Ist mir auch egal. So, jetzt hier hoch. Okay, ähm. Gibt es noch andere Toiletten? Ne, anscheinend nicht. Ich bin gerade echt, also, ich, das ist immer verheftigt, dass es hier weitergeht. Kennt ihr das, dieses Gefühl so? Ich auch nicht mal nicht. Ich weiß, ich habe keine Ahnung, was für einen Unterschied macht. Na ja. Gibt es bestimmt irgendwelche schönen offenen Türen. Ach so, das ist bestimmt hier irgendwo. War doch so eine Tür. Ne, doch nicht. Nicht hier. Ach so, jetzt weiß ich, was das für Räume sind. Aber, na ja. Irgendwo hier war doch so eine Tür. Hm? Komisch. Entschuldigung. Ich gehe jetzt nochmal nach draußen. Oh shit. Okay, jetzt habe ich irgendwie Angst. So, hier ist bestimmt noch was. Ja, hier ist Hell. Entschuldigung. So, ähm. Hier ist eine... Ah, jetzt zeigt mir das nochmal jemand hier. Ne, die benutze ich erstmal nicht. Entschuldigung, ähm. Na ja, wofür ist diese... Ach so, gut. Ne, was ist das? Das ist so komisch, dass es hier immer so komische Geräusche gibt, wenn hier niemand ist. Ne, die benutze ich erstmal nicht. Groovy, baby. Groovy. Ah ja. Ach so, hier. Was? Sag mal, wann ich mich verarschen? Irgendwann braucht man irgendwelche scheiß Access Cards. Für den Arsch. Wo kann ich jetzt lang? Mann. Boah. Entschuldigung. Ich entschuldige mich, ehrlich gesagt, noch zu viel, würde ich behaupten. Na, für den Arsch. Würde ich behaupten. Spaß. Ach so. Wo geht's hier lang? Das ist so ein langer Grund, oder was? Ich hab zu wenig Health. Ich muss mir jetzt mal aufwässern, irgendwann. Ich muss vorsichtiger sein. Ganz ernsthaft. Ich hab echt zu wenig Leben und ich verbrauch das zu viel. Für den Arsch. Oh, das sieht ja mal nicht schlecht aus. Ich dachte, ich müsste nochmal nachschießen, aber das muss ich anscheinend nicht. Was ist das für eine mega geile Waffe? Mach die 3 auf. Oh, das ist natürlich brutal. Oh. Was hab ich gehört? Mach ich das, oder? Können wir das manchmal erklären? Ich sag mal... Ach so, Axe ist auch perfekt. So, äh... Dies Monz muss sein. Ich entschuldige mich für meinen absoluten Ungemäßes Hilfverhalten. Ich rede schon zu schnell, sodass ich selbst noch nicht mal mehr mitkomme. Oh Gott, ey. Verpiss dich doch mal. Oh, scheiße. Oh, fast verhauen, ey. Wegen euch. Spaß. Ich entschuldige mich. Wie kann ich ins Inventar... Wie? Wie? Was ist geschlossen, ey? Okay, ähm... Ich... Wie komme ich an mein Inventar? Äh... 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 Oh... Oh Gott. Entschuldigung. Ja, ich nehme erst mal die hier. So, ich hab... Ja, okay. Jetzt hab ich erst mal volles Leben. Das ist schon mal gut. Okay, äh... Jetzt bin ich aber mal schneller hier. Andrenus. Ich bin Arnus. Was ist das hier? Achso, das ist einfach ein Schuss. Meinerseits. Ey. Okay. So, das ist komisch, dass hier in uns wo jemand ist. Ich glaube, hier sind keine Kameras... Ja, natürlich nicht. Das wäre ja auch echt ein bisschen ansozial, wenn die jetzt hier Kameras hätten. Okay, naja. Äh, ich muss mehr reden. Halt mal auf. Egal. Ist doch eigentlich egal. Ich mach jetzt alles mal weiter. Ja, und dann gucken wir mal weiter, ja. Ich bin einfach so unlustig. Gefällt dir... Ist das jetzt ausgefallen? Ne, ne? Ich bin einfach zu lustig, dass einem sowas auch fallen kann. Das ist Spaß. Alter. Achso, ich hab jetzt eine Access-Card. Das kann ich... Vielleicht kann ich ja jetzt irgendwo diesen einen Weg gehen, den ich gehen konnte. Nehmen. Spaß. So, ähm... Oh, was... Egal, äh... Yellow Access-Card. Wo konnte ich die andere verwenden? Das möchte ich bitte wissen. Achso, hier. Was jetzt? Okay, ähm... Was jetzt? Was... Hä? Ich will nur sagen, was das jetzt ist. Ich toke mich mal lieber. Ist das jetzt echt? So, äh... Ja, so, jetzt. Das heißt, ich kann jetzt hier lang. Erstmal gucken, ob hier irgendwas... Böses ist. Ich kann's mir nicht anders vorstellen, ehrlich gesagt. Oh Gott. Hm. Da ist irgendwas. Achso, die Yellow-Card. Ist das nicht irgend so eine Marke oder so? Hä? Kann ich da irgendwie lang oder so? Egal, ähm... Soll ich jetzt wieder zurück, oder was? Ja, die kann ich ja jetzt gebrauchen, die Karte. Die ist ja heftig. Ohne Scheiß. Mein Ernst. Ich weiß, was ist so. Okay, ähm... Was ist jetzt hier? Wo ist hier? Also, einerseits ist es ja voll cool, aber das braucht auch viel zu viel, ehrlich gesagt. So. Telefon. Okay, dann seh ich euch hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Tschüss. Entschuldigung. ...